Moin Leute, was geht? Herzlich willkommen auf meinem nasalen Account zurück. Und nasal, weil ihr kennt ja all diesen Virus, der hier seit 3-4 Jahren umherläuft und ich verfluche diesen Chinesen, der irgend so eine Fledermaus gegessen haben soll. Nachdem ich zwei Tage flach lag und dann wieder gesund war, habe ich zwei Tage später dann einen positiven Test gehabt. Also ich versuche durchzusprechen, es ist etwas nasaler und eigentlich geht es mir auch ziemlich beschissen. Aber ich wollte euch gerne auf die nächsten Videos trotzdem mitnehmen. Es ist Dezember, Warzone ist gerade gedroppt und viele von euch sind einfach interessiert. Das heißt, wenn ihr auch gerade, ich weiß, es geht rum, irgendwie euch dieses C-Plus abgeholt habt, durchhalten, bei mir ist es das zweite Mal, es wird besser. Aber langsam, langsam, langsam. Vor allen Dingen ist es so heftig. Zwischendurch ist einem so richtig warm, dann ist einem so richtig kalt und dann, ich habe jetzt keinen Geschmack mehr und dann will man was essen, aber es schmeckt halt einfach nicht und dann isst man trotzdem was und dann, ach, es ist krank sein und ihr wisst das gerade, die Männer, wenn wir Männer krank sind, es ist, also keine Frau der Welt würde es aushalten mit unseren Grippe, Erkältung und sonst was. Da muss man ganz ehrlich sein, ich liebe Frauen über alles, ihr seid wertvolle Geschöpfe, aber was Schmerzen und sowas angeht, sind wir Männer anderes Niveau. Ist einfach so, anderes Niveau müsst ihr akzeptieren. Seien wir doch mal ehrlich, das ist ja wirklich so. Wenn ein Mann in die Eier getreten bekommt, dann habe ich noch nie einen Mann gehört, der danach gesagt hat, ja, das will ich nochmal haben. Wenn aber eine Frau ein Kind bekommt, ist es sehr oft, dass sie sagen, ich will noch eins. Was ist jetzt der größere Schmerz? Okay, das geht in die falsche Richtung. Warzone, nahege neu. Okay, es heißt auch nicht mehr Warzone 3, sondern einfach nur noch Warzone. Sie haben also aus Fehlern gelernt, diesen Scheiß irgendwie Warzone Caldera, Warzone 2 zu nennen. Und ich habe es tatsächlich getestet. Ohne VPN getestet, mit VPN getestet, Reverse Boost getestet, normal getestet. Einfach um zu sehen, wie sich die verschiedensten Arten von Lobbys dort anfühlen, wie sich Warzone anfühlt. Und ihr wisst, Battle Royale ist etwas, was ich persönlich so unfassbar langweilig mittlerweile finde. Es gibt überhaupt keinen Progress, den man irgendwie gehen kann, kein gar nichts. Da hatten wir ja Warzone Caldera, was halt einfach von der Karte her so eine Minus 10 von möglichen 10 Punkten war. Also absolut grausam, dafür war das Movement gut. Die meisten haben dann statt Caldera trotzdem Rebirth Island einfach gespielt. Und dann kam ja Al-Masra letztes Jahr mit dem grausigsten Movement aller Zeiten. Es hat sich angefühlt, als wenn alle so mit Zement an den Füßen umherrennen. Grausam, grausam. Und da hat man dann eben auch gemerkt, so Wondell und so als Resurgence war auch nicht geil. Das ganze Movement hat einfach jede einzelne Karte kaputt gemacht. Und dieses Jahr sind sie mit Urzistan, das ist ja die neue Karte, sehr Richtung Mischung aus Al-Masra und Verdans gegangen. Und Verdans haben wir ja vor ein paar Tagen die News bekommen, kommt Ende 2024 tatsächlich zurück. Genauso wie Anfang 2024 Fortunes Keep und Mitte 2024 Rebirth Island, also die richtige Rebirth-Karte von damals. Und deswegen habe ich mir gedacht, es würde doch passen einfach, nachdem wir jetzt Multiplayer die neue Season haben, über die wir schon berichtet haben, auch fairerweise Warzone einfach zu testen. Und das Fazit, bevor ich euch erkläre, warum es so ist. Es macht tatsächlich Spaß, ist aber in verschiedensten Sachen komplett broken, kaputt und bedarf dringend Überarbeitung. Was daran macht Spaß? Als allererstes, Movement fühlt sich vernünftig an. Ich finde trotzdem, es fühlt sich im Multiplayer schneller an als in Warzone. Und das Movement könnte in Warzone meiner Meinung nach auch noch schneller sein. Ist aber Jammern auf hohem Niveau, weil es generell deutlich, deutlich besser ist als alles das, was wir letztes Jahr gehabt haben. Und es ist Free-to-Play, das heißt, die Ansprüche, die ich daran habe, sind generell weniger als in einem Multiplayer, für die man 70, 80 Euro zahlt. Das Loot-System ist vollkommen in Ordnung. Das ist nicht dieser Quatsch, dass man irgendwie alles einzeln aufnehmen musste. Das, was sie ja letztes Jahr probiert haben, das war die absolute Hölle. Generell, man findet genug Platten, was wichtig ist, man findet genug Waffen, man findet genug Streaks. Eigentlich gibt es von allem, was man irgendwie für ein Battle Royale braucht, erstmal ausreichend genug. Die Locations auf der Karte, finde ich, generell sind gelungen. Es macht Spaß, sich dort zu bewegen. Es macht auch Spaß, auf anderen Orten zu landen. Das allerdings führt schon zum ersten wirklich negativen Punkt. Und das ist relativ deutlich. Es ist absolut Dogshit, wenn man in die Nähe eines der Hochhäuser kommt, weil alle Spieler auf dieser Karte oben auf dem Hochhaus sitzen mit einer One-Shot-Sniper und campen. Alle. Es gibt nur Sniper-Battles von einem Haus zum anderen. Neben diesen ganzen Sniper-Battles, die man hat, hat man das nächste Problem, dass die Time-to-Kill unfassbar unkonstant ist. Teilweise schluckt man wirklich Schuss über Schuss über Schuss und kommt noch weg. Teilweise fällt man um, ohne auch nur eine halbe Sekunde Reaktionszeit gehabt zu haben. Was einfach daran liegt, dass die Server gnadenlos überfordert sind. Wir haben super viele Runden, wo es durchgängig laggt, obwohl der Ping in Ordnung ist. Die FPS-Zahl in Ordnung, Paketverlust in Ordnung. Es liegt einfach daran, dass dieselbe Serverstruktur jedes Jahr auch zum Release von Warzone genutzt wird, die das Jahr davor schon war. Und Activision nicht extra Geld in die Hand nimmt, um Serverstruktur auszubauen, auch wenn es teurer ist. Was also dafür sorgt, dass die ersten Wochen, wo die meisten Spieler da sind, die Server überladen sind. Und dann mit der Zeit, wenn einzelne Spieler eben das Game quitten, verlassen, Pause machen, dass dann die Server-Connection besser ist und auch die Time-to-Kill passen dafür alle. Das nächste große Problem ist Audio. Ich weiß nicht, wie viele Momente es in meinen Play-Sessions gegeben hat, bei denen ein Gegner teilweise einen oder zwei Meter von mir entfernt, auf mich zugesprintet ist, vor mir, hinter mir, neben mir, ohne, dass ich auch nur eine einzige Sekunde irgendetwas davon gehört habe. Und ich habe so die ganzen Teammates gefragt und es geht jedem so. Also Audio, was Fußschritte angeht, ist komplett busted. Es ist teilweise so, als wenn es gar kein Audio gäbe. Umso frustrierender, wenn ihr dann mal eine funktionierende Kill-Cam habt, die eben nicht immer funktioniert, dass ihr in der Kill-Cam die Steps von dem Gegner so laut hört, dass ihr denkt, es kann nicht sein, dass ich hier in einem Gunfight war, kurz Pause hatte und jemand sich von hinten im Vollsprint sozusagen anschleichen kann, ohne, dass ich auch nur eine einzige Sekunde Zeit hatte, irgendwie darauf zu reagieren oder irgendwas dagegen zu tun. Und das nächste, und das ist vielleicht sehr subjektiv, ich weiß nicht, wie es euch da geht, könnt ihr gerne in die Kommentare schreiben, ich finde, es gibt zu viele Optionen, Teammates wieder zurückzuholen. Es gibt Wiedereinstiegs-Gulag-Token, es gibt Gulag-Token für das ganze Team, es gibt Wiedereinstiegspakete, es gibt die Flares, die man zünden kann, es gibt überall Buy-Stations, es gibt unfassbar viele Optionen, Teammates wieder zurückzuholen, was sehr, sehr Richtung Wiederauferstehung geht, wobei Wiederauferstehung ja ein separater Modus ist, der nach einem anderen Prinzip funktioniert, als ein richtiges Battle Royale. Natürlich verstehe ich, dass man nicht in die Blackout-Zeiten zurückgehen möchte, wo ihr als Teammate, der gestorben ist, halt in der Regel zu 99% die Runde dann nur noch zugucken konntet, aber es ist so, dass man teilweise Dreier- oder Viererteams bekämpft, bis auf einen alle erwischt und drei Sekunden später alle wieder da sind, weil einer über die Buy-Station gekauft wurde, der andere über eine Flare, der andere über den Gulag-Token zurückkam. Es gibt zu viele Optionen, wie Spieler, nachdem sie tot sind, wieder zurückkommen können. Macht Warzone trotzdem Spaß? Ja, es ist unterhaltsam, es macht Spaß. Und gerade in Runden, wo das SBMM nicht extrem hochgecrackt ist, kann man wirklich 30, 20 Minuten Runden spielen, die wirklich Fun machen, wo man auf High-Kills gehen kann, wo man Gunfights hat. Aber dann gibt es eben die Runden, wo das SBMM bis zum Ende hochgecrackt ist. Leider gibt es keine Warzone-Stats aktuell, woran man dann auch die Durchschnittskadee der Lobby feststellen kann, ohne Audio und teilweise mit absolut am Limit agierenden Servern geht vieles von dem Spielspaß, den man hat, eine Runde später teilweise wieder weg. Und das macht insgesamt einfach ein sehr frustrierendes Erlebnis, weil man sieht, wie gut es sein kann, um dann festzustellen, wie scheiße es im nächsten Moment ist. Wie findet ihr Warzone? Ist es ein Schritt nach vorne? Könnt ihr es eigentlich nicht mehr erwarten, dass die nächste Verdansk-Map wiederkommt? Lasst mich eure Meinung und Gedanken wissen und ich versuche in der Zeit wieder gesund zu werden. Lasst ein Like und ein Abo da, vielleicht geht es dann schneller.